Das ist dein, das ist mein Auftrag. Jesus hat gesagt, geht hin, dreh dich das Evangelium, heil die Kranken, treib Dämonen aus. Du bist gerufen worden. Dort, wo du bist, Salz und Licht zu sein. Leute, es ist Zeit zum Aufwachen. Es ist Zeit zu verstehen, dass Jesus dich nicht bestimmt hat, um irgendwo in einer Gemeinde ein frohner Leben zu leben. Und still zu sitzen in deinem Sitzen und zu meinen, das machen alle anderen. Nein! Es ist so wichtig zu verstehen, Taufe ohne Glaube und Buße tut gar nichts. Aber Glaube und Buße zusammenfassen mit Taufe, Macht in der Taufe, dass wir unsere Sünden abgewaschen werden. Steh auf, lass dich taufen auf dem Namen von Jesus und deine Sünden abwaschen. Jesus wollte nie eine Religion oder eine Institution gründen. Er ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen zu unserem Ziel zurückzuführen. zwei Minuten, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten zu 91 Minuten. Sch Sie rischieren uns, diese Mädchen, drei Minuten zu 85 Minuten. oun 0,193 Minuten kann man das daran natürlich sehen. Jullie bedauernst NBA-PLUPS die Library ist sicherlich. Untertitelung des ZDF, 2020